Mirjenausflug mit Familie Blümchen und Magic. Ach, ist das heute ein wundervoller Tag. Mama, aber sind wir endlich da? Wundervoll, mit Blick zum Schloss. Schön, und da oben ist auch noch ein Eichhörnchen. Mama, guck mal, das schöne Schloss. Und wie schön es hier ist, ganz wundervoll. Kommt, wir gehen mal ins Café. Das Café ist so schön. Sogar mit Außenterrassen, das ist unser Platz. Dann gehen wir jetzt mal alle rein. Oh, wie schön. Hallo, was wollen Sie gerne haben? Hallo. Wir haben einen Tisch draußen reserviert. Okay. Dann bitte Tisch zwei. Ah, wie wundervoll. Ganz schön hier im Park Schönfeld. Und wie lecker hier das Essen ist. Ach, ich werde den Blick in die herdliche Natur jetzt schon vergessen. Sehnsüchtig erwarten. Ich bin sprachlos. Wie schön die Natur ist. Wunderschön. 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 Es schlacht den Himmel an. Es schlacht den Himmel. Wunderschön. Ach, wie schön ist es hier. Wunderschön. Wollen wir fangen spielen? Ja, komm, machen wir. Ich krieg dich. Nein. Los, jetzt bist du dran. Ich habe dich. Oh, jetzt muss ich leider fangen. Wie schade. Ich krieg dich gleich. Ich, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Ich krieg dich wohl. Oh, wundervoll. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren. Und ich leiten. Hi, hi, hi.